Ja, hallo liebe Videofreunde, hier sind wir in unserem Polenurlaub und das ist mein Hund Simba. Mein Hund Simba, der trinkt am liebsten Wasser aus Pfützen und da haben wir jetzt extra hier eine polnische Pfützenmischung gemacht. Wir haben also Wasser im Napf, ein paar Tannnadeln, drei Mücken und auch einen Molch mit hineingetan und jetzt schmeckt das Wasser dem Simba gut. Bis später, Peter.